Also, lieber Jay, vielen Dank für deine großartige Nominierung, ich freue mich wahnsinnig. Ich hoffe, dir ist klar, dass du mich nächste Woche komplett vertreten musst, weil ich kann sein, Leute. Ich habe versucht, ein paar Tänzer zu animieren, dass sie mit mir das durchstehen. Eine traut sich. Ihr seht super, danke. Ich nominiere Dirk Hartkopf. Felice und ganz besonders freue ich mich auf Jörg Schwieger und die Lüneburger Schrottschrommler. Auf geht's. Oh Gott. Ja. Ach, drei. Ich bin mal. Ich bin mal nur süß. Ich bin mal. Ich bin mal süß. Ich bin mal süß. Vielen Dank.